Eine Messestadt. Eine Messestadt ist angeblich ein behindertengerecht gebauter Stadtteil. Aber das stimmt nicht. Alleine schon wie die Straßen angelegt sind, ist es nur möglich, Horseingänge mit Treppen zu bauen. Außerdem ist da, wo die Kirche ist, der einzige Platz, wo alte Menschen leben können, damit sie einen kurzen Weg zum Einkaufszentrum haben. Das heißt, die Stadt hat versagt. Danke.